Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW und ich bin heute auf einer kleinen Buschkrafttour unterwegs. Wenn du Lust hast, mich zu begleiten, bleib dran! Bevor ich mir einen schönen Platz suche, um mein Lager aufzubauen, bin ich noch auf der Suche nach einer kleinen Quelle, denn ich habe kein Wasser dabei. Hier vorne ist alles feucht, das heißt die Quelle kann nicht mehr weit weg sein. Aus der Kürze oder im Klammer-Bad. Und wenn ich jetzt entlang gegen die Flussrichtung stehe, suche dann einen Flussritzpunkt. Ja, so wie es aussieht, bin ich jetzt an der Quelle. Musik 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 hierbleiben. Hierbleiben. Bis zum nächsten Mal. So, mein Lager steht soweit. Die Hängematte ist gut eingerichtet. Ich habe jetzt ein paar kleine Hölzchen vorbereitet für meinen Hobo-Ofen. Für den Hobo habe ich einfach das ganze Laub auf die Seite geschoben, sodass da nichts mehr anbrennen kann. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020